Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil, dritten Teil hier, meiner Weihnachtsback-Serie. Ja, heute werde ich Schwarz-Weiß-Gebäck mit euch backen und über das Thema Familie und Weihnachten und Familienharmonie sprechen. Ich würde sagen, wir fangen wieder einfach an. Ich backe und erzähle einfach ein bisschen nebenbei. Okay, hier haben wir wieder meine schöne Waage und ja, die Rührschüssel und ja, das Rezept findet ihr wie jedes Mal unten in der Infobox mit allen Angaben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das auch mal ausprobiert und mir sagt, wie es euch schmeckt, so, ob es euch gefallen hat. Das ist jetzt das Keksrezept, was ich so die letzten Jahre immer zu Weihnachten verschenkt habe an die ganze Familie. Das erste Video dieser Reihe, diese Mandel-Zimt-Plätzchen, das ist das Rezept, was ich dieses Jahr verwenden werde, um allen, so in der Familie zu Weihnachten, Kekse zu backen. Ihr könnt gerne beide Rezepte testen, müsst ihr euch einfach nur auch noch das andere Video angucken. Ja, ich würde mich sehr freuen und ja, wie ich gerade eben schon gesagt habe, starten wir jetzt wirklich. So, das hier ist schon mal der Puderzucker, den hatte ich schon mal abgewogen. Die muss jetzt aber noch gesiebt werden. Ja, also ich finde so Familie und Weihnachtsharmonie ist ein sehr interessantes Thema und ich möchte mit euch darüber sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass man allgemein halt wirklich sehr hohe Erwartungen so hat. An das Weihnachtsfest mit der Familie, man stellt sich alles immer so schön vor. Ja, auch gerade, wenn man sich immer die ganzen Weihnachtsfilme anguckt, herrscht ja überall so eine Harmonie. Und ich habe aber so festgestellt, dass es bei ganz vielen Leuten gar nicht immer alles so harmonisch ist, wie man sich das so wünscht. Natürlich gibt es Familien, bei denen es schon sehr harmonisch ist und dann gibt es natürlich auch immer mehr Abstufung von so der ziemlich guten Harmonie bis zu gar keiner Harmonie. Also es ist ja bei jeder Familie auch nochmal anders. Ja, aber so insgesamt... Oh, jetzt fehlt der Vanillezucker, wo habe ich den denn? Haha! Das ist jetzt ein bisschen schlecht. So, wo war ich stehen geblieben? Man hat sehr hohe Erwartungen immer an die Harmonie so zu Hause und ja, aber so erfahrungsgemäß ist es zumindest bei mir zu Hause nicht immer so super harmonisch gewesen. Ich glaube, das liegt halt auch an ganz vielen verschiedenen Sachen so, was halt auch so Ausleser sein können, dass es mal nicht so harmonisch ist. Und ich war in der Vergangenheit ehrlich gesagt häufiger dann auch mal traurig, weil ich dann halt irgendwie, ja wie schon gesagt, sehr hohe Erwartungen hatte, die dann halt nicht erfüllt wurden. Und ich habe mir halt so überlegt, dass ich vielleicht einfach auch meine Einstellung zu dem ganzen Thema so ein bisschen ändern sollte, auch wie ich damit umgehe. Weil eigentlich ist es ja vollkommen normal, wenn ganz viele Leute sich auf einmal treffen, die sich vielleicht auch länger nicht gesehen haben. Gerade wenn man nicht mehr zu Hause wohnt oder nicht mehr direkt um die Ecke von zu Hause, ja, es ist ja nochmal was anderes. Man hat so sein eigenes Leben angefangen und dann kommt man nach Hause und wird plötzlich wieder wie ein Kind behandelt. Das ist ja schon mal so ein Punkt, der auch durchaus zu ein bisschen Frust oder Konflikten führen kann. Ja, weil man halt einfach so in seinen eigenen vier Wänden alles so ein bisschen anders macht, als man das sonst so zu Hause gemacht hat. Ja, das war nicht genug Butter. Ich habe mich verguckt, es müssen 150 Gramm sein. Ich habe mich schon gewundert, das sah so wenig aus. Vielleicht muss ich mich auch ein bisschen mehr aufs Backen konzentrieren. Ich bin auch nicht so gut im Multitasking. Ja, vielleicht bequatschen wir den anderen Kram, wenn ich am Kneten bin. Perfekt! Genau 150 Gramm! Richtig gut! Nice! Ich glaube, ich habe schon alles drin. Puderzucker, Mehl, Salz, Vanillezucker, Butter. So, und das jetzt alles kneten. Und dann zu einem Teil des Teiges dann auch nachher den Kakao dazu. Ja gut, kann ich jetzt kneten. Ja, also. Ich habe mir überlegt, dass ich einfach jetzt nicht mal so hohe Erwartungen habe. Und dass es halt auch normal ist, dass es mal nicht so gut funktioniert. Und man sich auch mal nicht so gut versteht. Und ich habe einfach für mich überlegt, dass ich halt versuche, mir dann auch so meinen eigenen Raum zu nehmen. Also wenn ich merke, okay, jetzt wird es ein bisschen viel. Das ist meistens spätestens so am zweiten Weihnachtsfeiertag. Wenn man irgendwie echt so 72 Stunden aufeinander hockt, das ist ja eigentlich auch nicht normal. Es gibt ja auch nicht ohne Grund so diese ganzen Formate, Big Brother, Dschungelcamp oder so. Also es sind Konflikte vorprogrammiert, wenn zu viele Menschen auf einem Haufen sind und man irgendwie nicht so wirklich weg kann. Ja, und deswegen werde ich halt auch meine Laufsachen mitnehmen zu meinen Eltern. Und dass ich dann halt auch einfach mal laufen gehen kann, so ein bisschen frische Luft hole, dass die Gemüter dann halt auch sich ein bisschen entspannen können, wenn man sich mal wieder aufgeregt hat. Ja, manchmal gibt es halt ehrlich gesagt auch gar keinen richtigen Grund. Dann ist es halt einfach nur wieder alles zu viel und irgendwie, ich brauche mal meine Ruhe. Also ich bin halt auch so jemand, der Energie daraus zieht, auch mal in Ruhe irgendwie zu sein, für sich alleine. Und das ist mir halt auch wirklich wichtig, da so meine Inseln zu haben. Und deswegen ist das mit dem Laufen, glaube ich, auch schon eine ganz gute Idee. Oder alternativ, wenn ich denn keine Lust auf Laufen habe oder ihr jetzt auch keine Lust dann auf Sport hättet, vielleicht einfach einen Spaziergang machen, einfach mal einen Wald oder so. Und dann, wenn man da seine Runde gedreht hat, dann ist man schon wieder ganz anders drauf und dann kehrt man wieder so zurück. Ja, also ich denke halt einfach so, dass so das Wichtigste ist, nichts erwarten, einfach alles auf sich zukommen lassen. Und dann mal gucken, wie sich das alles so entwickelt. Tatsächlich können wir da auch wieder auf das Thema Geschenke zurückkommen. Also da hatte ich immer im allerersten Video schon mal drüber gesprochen, was ich so verschenke. Und dass ich das halt auch schwierig finde, alles so mit diesem ganzen Druck, wenn jeder jedem was schenken soll. Also irgendwie, es soll ja auch nicht Sinn der Sache sein, dass alle total im Weihnachtsstress verfallen. Man soll ja diese schöne Zeit halt auch genießen können. Und ich denke, wenn man da halt auch einfach geschenkemäßig halt die Erwartungen zurückschraubt, weil halt vielleicht auch vorher schon klare Ansagen gemacht werden, was verschenkt wird und was nicht, dass es dann halt auch alles immer noch mal entspannter wird. Und ja, also jetzt habe ich da ehrlich gesagt nicht mehr so ein Thema mit. Aber als ich Jugendliche war, war ich halt ehrlich gesagt schon häufiger unzufrieden, weil ich dann halt auch des Öfteren Sachen bekommen habe, mit denen ich halt gar nichts anfangen konnte. Und ja, bei sowas ist es dann halt auch einfach besser, wenn man das dann irgendwie anders vereinbart und dann halt auch darüber spricht, was man wirklich haben will. Und wenn das nicht immer alles so auf gut Glück ist und dann ein Überraschungsgeschenk dem anderen folgt und man dann vorm Haufen von Sachen sitzt, wo man gar nicht weiß, was man damit machen soll. Ja, aber ich glaube, einige von euch werden das halt sicherlich auch schon so machen, dass man halt einfach sagt, was man sich wünscht. Genau. Ja, hier der Teig sieht schon langsam im Werden aus. Der ist noch nicht fertig, aber er wird. Könnt ihr ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wie das bei euch so ist, ob ihr irgendeine besondere Weihnachtstradition habt, ob es bei euch harmonisch ist, ob es auch mal kracht, ob ihr euch mit euren Geschwistern versteht. Ja, allgemein. Und vielleicht wäre ja auch mal interessant, euer Alter dazu zu erfahren. Ich glaube, das wechselt dann auch immer nochmal. Aber ich finde das Konzept von mir irgendwie auch eigentlich ziemlich lustig. Also natürlich, man ist ja in der Regel genetisch verwandt, also hat man ja schon irgendwie was mit den Leuten zu tun. Aber es sind halt auch so oft so viele verschiedene Charaktere, die halt einfach irgendwie zusammengewürfelt sind. Und dann sitzt man da und denkt sich, wow, irgendwo sind wir doch auch schon sehr verschieden. Und dass das nicht immer harmonisch ist, ist ja halt auch einfach irgendwo klar. Also in den seltensten Fällen, wenn man mit Leuten irgendwie in einem Team ist oder in einer Gruppe, die charakterlich sehr unterschiedlich sind, ist es immer harmonisch. Ja, und jeder hat halt auch seine Stärken und Schwächen. Und dass man da dann vielleicht auch so ein bisschen Rücksicht drauf nimmt. Und ich bin halt auch ein Fan davon, wenn man so alte Traditionen einfach mal so ein bisschen versucht abzuändern. Vielleicht irgendwie, dass es für alle ein bisschen besser passt. Ich habe ja im letzten Video, das war der zweite Teil, schon über das Thema Essen gesprochen, Weihnachtsessen. Das Video könnt ihr auch sehr gerne nochmal schauen, dass man auch vielleicht da nochmal darauf eingeht und guckt, wie kann man das verbessern, also die Situation, was wird gekocht, wer kocht. Ja, interessantes Thema. Ich bin auch gespannt, wie es diese Weihnachten wird. Und ja, das hier ist jetzt schon mal der helle Teig. Davon werde ich einen Teil gleich mit Kakao einfärben. Und ich habe hier so einen Sternausstecher, das habe ich noch nie gemacht mit dem Ausstecher. Da möchte ich aber mal testen, wie das so funktioniert. Also, dass die Mitte dann halt mit diesem Sternausstecher da halt gemacht wird. Und sonst forme ich halt immer so kleine Herzen. Aber das werdet ihr gleich sehen. Die Kekse sind in der Vergangenheit ziemlich gut angekommen, weil die auch ziemlich cool aussehen. Also seid gespannt. Erstmal muss ich den ganzen Teig nochmal wiegen. Gucken, was der denn wiegt. Tada! Und jetzt muss ich den ganzen Kakao da noch reinkneten. Ja, ich würde sagen, mit dem Sternausstecher klappt das leider nicht. Ach Mist. Das ärgert mich jetzt. So, dann gibt es wie immer meine Herzen. Das geht relativ einfach. Also, für die Herzen rollt ihr den Teig erstmal, dass ihr hier so eine Rolle habt. Dann nehmt ihr ein Messer und schneidet hier so einen Schnitz rein. So, könnt ihr das hier so ein bisschen aufklappen. Und dann formt ihr das hier einfach so ein bisschen rund. So, dass das so die Herzen, ja Augen, was auch immer sind. Ne, Augen nicht. Dass es halt so rund ist, wie so die Wölbung oben beim Herzen. Dann kommt da eine Rolle heller Teig rein, eine kleine Rolle. Dass diese Lücke auch gleich gefüllt wird. Und die könnt ihr noch so ein bisschen hier unten rein drücken. Knipst die hier ab. Dann dreht ihr das Ganze um. Und dann formt ihr das hier so spitz zulaufend. Das ist dann so die Spitze vom Herzen. So, dann habt ihr hier quasi so das Herz. Und das alles außenrum wird jetzt mit dem hellen Teig ummantelt. So, bildet man jetzt weitere Rollen. So, dann kommt das hier. So, ja, einfach hier immer so drumrum basteln. So, und wenn das alles drumrum gebastelt ist, einfach so rollen, dass das alles außen gleichmäßig wird. Nochmal Löcher stopfen. So, wenn ihr die beiden Rollen dann fertig habt, nehmt ihr wieder ein bisschen Frischhaltefolie und dann wickelt ihr das ein und dann kommt das auch so für eine Stunde in den Kühlschrank und, ja, oder ins Gefrierfach und dann lasst ihr es nur kurz drin von außen so anfrieren, damit man es noch schneiden kann. Das geht dann schneller. Und dann kommt das dann so in kleine, aufgeschnittene Scheiben halt in den Ofen. So, ich packe die Rollen jetzt in den Kühlschrank und wir sehen uns gleich wieder. So, die Stunde ist um und deswegen geht es jetzt auch weiter mit dem Schwarz-Weiß-Gebäck. Ich merke das gerade schon richtig, wie hart die Rollen sind. Das liegt, denke ich, vor allem an der Butter, dass die wieder richtig fest wird und dadurch werden die Rollen so hart. Und das ist genau das, was wir wollen, denn jetzt können wir sie richtig gut in Scheiben schneiden, die man dann als Kekse auf dem Backblech im Backofen aufbacken kann. So, also hier beträgt die Backzeit, muss ich noch mal nachgucken. Zehn bis zwölf Minuten sollen die gebacken werden. Aber das kriegen wir hin. So, ich schiebe mal das Blech zur Seite, dass man das besser sehen kann und jetzt schneide ich die einfach mal auf. So, das war jetzt Rolle Nummer 1. Ich mache das mal hier in der Mitte auf. Hier könnt ihr schon mal so die ganzen Herzen sehen. Und das lege ich jetzt alles hier aufs Backblech. So, und man sollte beim Verteilen auf dem Blech immer schönen Sicherheitsabstand einhalten. Ja, dass sie halt quasi nicht alle zusammenwachsen, die Kekse. 1,50 brauchen wir jetzt nicht, aber so ein paar Zentimeter brauchen die dann doch an Platz. So, hier sind sie alle drauf. Das könnt ihr sehen. Ich packe die anderen Kekse dann noch auf ein anderes Blech und das kommt jetzt in den Ofen zum Backen. Die Kekse sind jetzt fertig gebacken und auch schon ein bisschen abgekühlt. Ich zeige euch die mal. Die seht ihr hier alle auf dem Blech. Also die sind nicht perfekt geworden. Ich gehe mal ein bisschen näher an die Kamera ran. Hier könnt ihr das ungefähr sehen, wie die so sind mit den Herzchen. Das liegt halt aber auch ein bisschen am Vorführeffekt. In der Regel sieht es noch ein bisschen perfekter aus, das Herz, wenn ich diese Kekse mache. Aber ja, ich finde es auch so süß mit den Herzchen. Und jetzt werde ich sie mal verkosten. Wirklich lecker. Irgendwie, ich stehe total auf selbstgebackene Kekse. Ich finde, die schmecken einfach meistens viel besser als die aus dem Supermarkt. Also es lohnt sich wirklich, die nachzubacken. Die sind sehr, sehr lecker. Ja, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Spaß mit meinen Keksen haben und noch ein paar Naschen. Und ja, ich wünsche euch alles Gute, eine tolle Weihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!